Dresden, 24. August 2019. Die Innenstadt ist bevölkert von abertausenden Menschen, die an der Großdemonstration unteilbar teilnehmen. Im Vorfeld hatten die Veranstalter angekündigt, etwa 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden erwartet. Tatsächlich aber waren es mindestens 40.000, wie es am Abend hieß. Auch ein Team von Oscar am Freitag TV hatte sich per Bahn nach Dresden auf den Weg gemacht. Hier ist unsere Zusammenfassung. Unteilbar ist eine bundesweite Initiative mit dem Motto Solidarität statt Ausgrenzung für eine offene und freie Gesellschaft. An einer Großdemonstration in Berlin im Oktober 2018 zum Beispiel wurden mehr als 240.000 Menschen gezählt, die gegen Rassismus, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gingen. Die mindestens 40.000 Demonstrantinnen und Demonstranten in Dresden werden nun als deutliches Zeichen gewertet, dass das Erstarken der rechten Szene vor allem im Osten Deutschlands auf starken gesellschaftlichen Widerstand stößt. Auch Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, war nach Dresden gekommen. Hier ist das Statement der gebürtigen Friedrich-Rodaharin gegenüber Oscar am Freitag TV. Wir sind hier gerade in Dresden bei der Unteilbar-Demo. Es geht um Zusammenhalt und es geht darum, dass wir dem Rassismus ganz klar eine Grenze ziehen. Das machen wir jetzt hier in Dresden, damit die Wahl in Sachsen klar geht. Und dann kommt die in Thüringen und auch da werden wir den Rassisten sagen, nein, Spaltung, dass es nicht wird, setzen Haltung gegen Spaltung. Auftakt der Veranstaltung war am Mittag eine Kundgebung auf dem Dresdner Altmarkt, wo mehrere Rednerinnen und Redner die Ziele der Initiative unteilbar formulierten. Dass die Großkundgebung ausgerechnet jetzt und ausgerechnet in Dresden stattfand, hat einen besonderen Grund. Am 1. September wird in Sachsen der neue Landtag gewählt. Sachsen gilt als eine der Hochburgen der AfD, deren Programm immer stärker auf Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung setzt. Auch Pegida, die völkisch-rassistische, rechtspopulistische Aktion Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, begann ihre Aktion im Jahr 2014 in Dresden. Bevor sich da der Demonstrationszug in Bewegung setzte, holte Oscar am Freitag TV noch fix ein Statement von Thürings Umweltministerin Anja Siegesmund ein. Ja, hier in Dresden bei Unteilbar sind natürlich auch wir Thüringer, das ist ganz klar, weil wir finden, diese Gesellschaft ist unteilbar. Sie beruht doch eigentlich daraus, dass wir auch Zusammenhalt, Solidarität setzen und Hass und Hetze einfach die Stirn bieten und es ist ein großes Fest miteinander hier. Grüne und viele andere aus der ganzen Republik treffen sich in Dresden, das ist einfach klasse. Gegen 14 Uhr startete der Umzug auf seine angemeldete Strecke von knapp 5 Kilometern, die zweimal über die Elbe führte. Vom Altmarkt aus ging es bis zur Carola Brücke hinüber nach Dresden-Neustadt und über die Albertbrücke zurück zur Altstadt. Ziel war der Cockerplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. ist aber immer noch die Abschlusskundung khác im Team sowie der aa. Im Vorfeld der Unteilbar-Demo in Dresden hatte die AfD Sachsen eine Meldung veröffentlicht, wonach mit gewaltsamen Ausschreitungen von Demo-Teilnehmern zu rechnen sei. Die Polizei widersprach, ebenfalls noch im Vorfeld, auf Twitter dieser Behauptung und entlarvte damit die Falschmeldung der AfD. Tatsächlich verlief der ganze Tag ohne derartige Zwischenfälle, wie die Polizei Sachsen am Abend bilanzierte. Friedlicher Verlauf von Unteilbar, titelte die Polizei ihre Pressemitteilung kurz vor 20.30 Uhr. 360 Polizeibeamtinnen und Beamte seien im Einsatz gewesen, heißt es darin. An dem fröhlich bunten Menschenauflauf gab es nichts auszusetzen. Oskar am Freitag allerdings bekam auch die Gegenseite zu spüren. Ein älterer Mann rief vom Fahrrad aus, am 1. werdet ihr schon sehen, wer hier das Sagen hat. Ein anderer Mann brüllte ebenfalls vom Fahrrad aus, alles Verräter. Insgesamt hielt sich die AfD und Pegida-Fraktion zurück. Gegen Demonstrationen hatte sie nicht angemeldet. So blieben die Verfechter der Menschenrechte unbehelligt und konnten ein Flair verbreiten, das die gesamte Dresdner Innenstadt mit Feststimmung erfüllte. So blieben die Jade-Fraktion durch die Jungs, wie die Schmalt und Beton, und ich bin nehm, die Schmalt und den Zugionein der Maggie. So blieben die sie auch in der Nähe des Fußes Gahres. So blieben die sie auch in der Nähe des十malen Wuchs. So blieben sie auch in der Nähe des Beispiele verraten. So blieben die es jetzt aus, alles kommt aus, alles kommt aus, alles. So blieben sind nicht alle, alles Räte noch auf die Hand, alles weiter und bis zum Schluss. So blieben es einiger Dresdner im Tanzkland, Poli-Tizer ist mir vorbei, fast.